Hm, na dann, runter in die Kanalisation, griechen wir durch. So, wen haben wir hier? Hier haben wir unseren Zwergen, den Brandstifter. Ja, warum? Warum hast du denn eigentlich Feuer in der Taverne gelegt? Das würde mich doch mal interessieren. Ja, nichtsdestotrotz, ne? Trotzdem, wie gesagt, mag ich meine Truppe. Hm. Pass auf, die neue Strategie hier. Das letzte Mal haben wir ja diesen Kristall außer, also haben wir ja nicht gleich außer Kraft gesetzt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal gleich hin. Na, und da gehen wir mal so am Rand entlang, wäre so mein Plan. Und dann, ups. Tja, und damit scheidet schon der Plan. Wieso, was denn hier passiert? Ach, so. Da, das Wasser, ne? Das rutscht so aus. Da fiel dir ein bisschen an, was, was immer? Selbstbeherrschung? Ne, Körperbeherrschung. Körperbeherrschung. Hm. Übel. Aber nicht nur uns geht es so. Auch die Echsen? Ja, das ist, hm. Ich weiß nicht, das ist doch ihr Element. Ah. Würde ich mir nochmal überlegen. Ist jetzt nicht so... So, ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So. Dann gehen wir mal hier hin. Hauen dem Kerl da eine auf die Mütze. Was sonst? Vifatius Flammenstrahl. Könnte gegen Wasserwesen ganz wirksam sein, ne? So, wie kommen wir jetzt aber zu dem Kristall? Ach, der heilt die ganze Meute. War das nicht so beim letzten Mal, dass er nur... den... ähm... Kristallomant? Den Kristallomanten kalt hat? Ist mir doch irgendwie noch so in Erinnerung. Ach, oh, ha. Ah, Gott sei Dank konnte ich hier vorbeirennen, ne? Hätte auch anders ausgehen können. Was macht denn der? Ja, so. Ne, dass die mich hier... dass die mir hier immer eine auf den Latz gepläut hätten. Ähm, ich geh mal. Ich geh mal. Also ich hoffe mal, dass ich hier genauso schön durchkomme wie unser Gatwin. Ich geh mal hier hin. Ja, sieht gut aus. Sieht recht gut aus. Was sind denn das überhaupt? Da kommt noch einer. Ach so. Zauberer. Ähm... Ach, den brauche ich dann gar keine... Solange dieser Kristall da ist, ne? Ich bleib mal hier. Ah, jetzt kommen da. Jetzt kommt er. Gift! Was? Gift! Ist das Wasser vergiftet? Oder... Hä? Warum Gift? Verstehe ich nicht. So, mach jetzt erst mal hier. Das Ding hier, das... riecht mich auf, dieser Kristall. Jawohl! Das hätten wir schon. Hä? Ist doch mal... Man, da sind immer so viele hier. Muss ich nochmal durch Wasser? Ja, sieht so aus. Ja, oder? Eventuell. Gehen wir mal hier durch, ne? Uh, ist jetzt geschafft. Doch, hier. Tatsächlich. Schaut mal her. Ich hab's gerade oben gelesen. Gelingt eine Probe auf Korbeherrschung? Uh, 26%. Aha. Also ist die Korbeherrschung doch recht gut. Uh, finde ich schön. Warum ist denn die vergiftet? Ach, apropos Gift. Weißt du, was wir machen könnten? Hm, wir könnten unseren Gatwin sein Gift auftragen lassen. So, du gehst mal hier runter. Und haust diesen komischen Zauberer. Eins auf sein Latz. Ah, Mist. Eins auf sein Latz, wollte ich sagen. Was mache ich mit dir hier? Aber trotz, wäre nicht schlecht, ne? Wie soll man sich hier auch konzentrieren? Ah, Mist. Du hast eine 68%ige Chance. Die ist doch gar nicht so schlecht. So, wir haben gesagt, wir hauen denen ein Gift drauf. Ach, ne. Was, jetzt habe ich kein Gift mehr. Was habe ich denn da wieder von Mist gemocht? So, na, da müssen wir halt weiter auf die Welt treiben. So, einfach ein Watsch. Ah, jetzt trifft er nicht. Gut, dass die alle hier... So, wie kommen denn da noch? Ach, ne, es waren drei. Ja, was ist denn mit dir? Brauchst du mal. Heilung, würde ich mal behaupten. Oh, der war... Überdimensioniert. Der war etwas überdimensioniert. Na denn? Aber jetzt. Au. Das tut doch weh. Au. Ich probier's. Ich probier's. Gift! Ach, ne, halt jetzt. Warte, warte. Ich geh mal hier hin. Oder? Da können eigentlich nur eine Kante an mich ran. Ne, die können auch zwei an mich ran. Ah, was soll's. So, ähm. Dann nimm halt mal eins deiner... Na, wenn du schon zwei dabei hast. Nützt ja nix. So ist gut. So ist es schon mal gut. Dann könntest du vielleicht sogar schon dem den Garaus machen. Ah, wenn er treffen würde, ne? Wenn er treffen würde. Nix. Hört doch mal auf. Hört vor allen Dingen auf, mein... Hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm. Was mach ich denn hier vor lauter Angst? Ich probier trotzdem noch meinen Armatruz. Zu dumm. So ein Quatsch. Ah, die... Die sind zu weit. Ich komm... Ich hätt... Ah, ich weiß nicht, was ich hätte. Ich hab irgendwas falsch gemacht auf alle Fälle. Das ist... Das steht fest. Das steht zu 100% fest. Achso, ich hab mal Defender. Der besser gekommen. Ja. Nee. Du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Und nimmst den Knaben mal auf die... Unter die Lupe. Schön. Ja, mach doch jetzt hier mal dem ein Ende. Aber du brauchst den Wuchtschlag, oder? Okay. Ich würd sagen, hier unser Zoberan. Der ist hin. Hm. Der ist hin. Hinüber. Absolut hinüber. Wenn ich mich jetzt hier... So vorbeischleiche... Wäre ich wahrscheinlich fünfmal getroffen. Nee. Ah, und da kommt der Nächste. Und da kommt der Nächste. So, jetzt. Hier. Nächstes. Ähm. Ich würd sagen, ich geh mal hier hin. Und... Hier sieht's schon ein bisschen besser aus. Das sieht nicht schlecht... Das sieht sogar nicht schlecht aus. Ähm. Und du? Achso, du bist noch voller Kanne. Dann nimm ich doch mal dich. Ich trau mich gar nicht irgendwie noch einen anderen Schuss zu machen. Ich kann dich noch nicht heilen. Mein Freund. Naurem. Denn du musst hier noch drauf... Das ist natürlich blöd hier. Komm ich kaum hin. Jetzt haut der... Ne, ich hab' schon gedacht. Der haut normal drauf. Okay. Jetzt haben wir schon mal da oben aufgeräumt. Und da sind wir... Feige. Da sind wir ganz schön feige. Und werden lieber mal unseren... Moment. Aber der will das natürlich bitte nicht. Was? Sei froh. Sei einfach froh. Nimm's hin. Na je. Unsere Elfe. Unsere arme, arme Elfe. Ähm. Der stellt sich schon mal vor den Zauberer. Du stellst dich hier hin. Schießt natürlich hier hin. Das war doch gut. Muss ich sagen, dass wir den Christen dann hier... Ne? Vernichtet haben. Ich glaub, der war diesmal... Mehr als gut. So. Wir stellen uns hier vor die Elfe. Und jetzt... Sind wir wieder die Truppe... Äh. Traum. Wir können ja zwei weit. Hab' ich jetzt gar nicht bedacht. Hab' ich jetzt echt nicht mehr bedacht. Na dann. Ähm. Du gehst hier rüber. Nein! Ach, das ist... Ich hab... Ach, ich... Ah! Ich hab' gedacht, ich hab' die Elfe. Ich weiß nicht warum. Weil ich da irgendwie drauf... Ah, Mann. Das ist ja dumm. Ach, das ist ja mehr als... Bin ich ja... Äh. Manchmal, ne? Manchmal, sag' ich dir. Manchmal mach' ich's mir selbst schwer. Hm. Stell' ich mich jetzt in den... Hm. Nicht gern, ne? Ah, okay. Geh mal hier. Gut. Das sieht doch schon mal nach was aus. Du... Gehst hier rüber. Und jetzt kommst drauf an. Wie ein Halder. Heil dich. Heil dich. Heil mal dich. Sehr schön. Ah, mein Gott. Ja, stimmt. Ich muss dir mal recht gehen. So. Ähm, aber ich würd' sagen, ne? Ich würd' sagen... Ha! Zack. Ich würd' sagen, jetzt hab' ich wieder... Jetzt schöpfe ich Hoffnung. Ich schöpfe Hoffnung. Oh, 17. Oh. Nicht übel. Nicht übel, Niam. Die Elfe zahlt sich aus in der Gruppe. Sie bewährt sich. Ja, dann heil noch mal unseren Freund hier. Dafür haben wir dich ja ausgebildet, ne? Gut. Wir müssten dich dann doch langsam mal auf 8 steigern. Mit deiner Heilung. So, dann geh... Ach, nee. Ich bewege mich, wie wir lieber nicht. Na. Na! Oh, das ist manchmal... Das ist manchmal nicht schön. Jetzt zieh ich ihn wieder nicht mal. Das ist nicht... Nein, gefällt mir nicht. Deswegen wäre es so eine 360-Grad-Ansicht-Kameraschwenk wäre besser. Achso, jetzt kannst du nicht. Geh mal hier drüben hin, bitte. Gut. Oh, schade. Schade. So. Mal schauen, was unser Naurem anrichtet. Musste ihn noch mal... Jetzt musste ihn wirklich noch mal... Ja, dann. Das weiß ich. Mach nix mehr. Hältst dich zurück. So. Na. Na. So, jetzt hab ich dich. Sie ziehen sich zurück. Ach, der Drache soll sie holen. Der goldene. Ach, schön, dass wir einen Zaubertrank haben. Na. Brauchen wir. Ja.